Boah, ich hab mich echt nicht gründlich rasiert. Hey Leute, hier ist Bao, eins vorweg, Samstag kommt trotzdem Video, denn das hier ist ein Bonus-Video. John und ich wurden nämlich eingeladen, natürlich nicht einfach so, sondern aus Promo-Zwecken für den Film King Arthur Legend of the Sword, der morgen in den Kinos startet. Und wohin das geht und was da passiert, seht ihr jetzt. Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Wir wurden hier von Warner Bros. zu Winster Grey Park hier in England eingeladen, um hier an einem coolen Filmset unsere eigene Szene zu drehen. Lass es machen! Willkommen zu Lundinien Fight Club. Get them warmed up! Oh! Good! Good! Two feet! Keep your arms down. 5-2-3-4-5-6-7 2-3-4-5-6-7 Ja! Ja! Let's get in one! Keep this elbow high. Throw it up. Tilt the bow to the right side. Boom! Action! Ja! 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 Nach zwei bis drei Dreh- und Stunt-Tagen sind wir auch schon super kaputt. Das Endergebnis. Jetzt! Warum muss ich wieder das ganze Holz sammeln? Ja! Du musst groß und stark werden. Als hab ich so winzig, Sven. Bitte, erinnere dich zu trainieren. Es ist alles zu dir! No! No! Nein! Geh ihn zurück! Es ist er zurück! Ah! 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 Well done! I'm so proud! I can't wait till Arthur! You're now a member of the Brotherhood! Yes! 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 Okay, vielleicht ist mit dem Tanz keine so gute Idee? Aber Spaß gemacht als alle Male. Wie es aber im Film selber aussehen wird, seht ihr jetzt. Ihr zwei darunter, da geht's direkt zum Fluss. Du gehst zuerst. Wir haben keine Zeit zu streiten, Bill. Manche von uns werden es rausschaffen, manche schaffen es nicht. Aber besser manche als keiner! Du gehst zuerst. Mike, geh darunter. Du sind Ratten, Boss. Du! Hab Angst im Dunkeln. Wirklich. George, sag du's deinen Männern. Tut mir leid, Boss. Waffen! Ihr dummen Kerle. Vorher bestimmt zu sterben. Mist! Auf mein Befehl! Verstand! 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 Hier nochmal ein Danke an Warner, wie gesagt, könnt ihr ab morgen den Film im Kino sehen und wir sehen uns am kommenden Samstag. Bis dann!